Herzlich Willkommen an der ISC 2019 in Amsterdam. Der wichtigste Mess für professionelle Displayprodukte im Business-Umfeld. Jedes Jahr stellt Samsung etliche neue Produkte vor und von denen möchten wir Ihnen die drei innovativsten Gernüter vorstellen. Was wir hier hinter mir sehen, ist das erste Tool, das Schaufenster-Display von Samsung. Das leuchtstarkte Display, das gegen aussen zündet, soll der Kunde in den Laden bringen. Das zweite Display, das im Laden drin ist, soll der Kunde zum Kaufen animieren. Dieses Gerät gibt es in zwei Baugrössen, 55 Zoll und 46 Zoll und ist gerade nur 7 cm tief. Zwei Kabel werden nur angeschlossen, Strunkkabel und LAN. Integriert ist ein Tyson-Cheap-Player, der in jedem Content-Cup spielen kann. Der Wohl, unglaubliche 219 Zoll Micro-LED. Ein absolut neues Produkt im Bereich der Micro-LED-Technologie mit bis zu 1600 Nits Brightness, das unser Wohnzimmer erleuchten lässt, unser Sitzungszimmer hell erscheinen lässt und unglaublich geniale Präsentationen erlaubt. Ein Produkt, das man sehen muss, das man nicht nur erklären kann. Darum unbedingt anschauen und geniessen. Der Space Monitor in WQAD-Auflösung und UAD-Auflösung ist so konzipiert, dass er extrem wenig Platz braucht auf dem Tisch. Ohne Stammfuss und direkt befestigt am Tisch, kann ich den Monitor zum Erziehen, wenn ich ihn brauche, um zu arbeiten. Und wenn ich fertig bin, kann ich ihn wieder an die Wand schieben und auch den ganzen Schreibtisch für mich zum Arbeiten und zum Konzentrieren frei. Das war es von der ISC 2019 Amsterdam. Mit der neuesten und innovativsten Produkte von Samsung. Wir hoffen, wir können Ihr Interesse wecken und stehen Ihnen für neue Informationen jederzeit gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.